hallo liebe schüler heute zeige ich wie ihr an einer online unterrichtsstunde teilnehmen könnt ich habe hier einen handy bildschirm eingeblendet und ich bin auf teams und ich bin hier auf aktivität weil hier hat er zoller mich erwähnt er hatte geschrieben zoller hat das team erwähnt das team heimunterricht das team wenn ich hier mal drauf klicke dann öffnet sich ein neuer bildschirm hier steht schon erster mathe video unterricht freitag 13 november 2020 um 9.30 Uhr und hier das ganze das team also meine ganze klasse nimmt daran teil und ich könnte hier ganz einfach mit diesem kamera symbol daran teilnehmen nachdem ich auf teilnehmen geklickt habe öffnet sich nun dieser bildschirm hier könnte ich nun einige einstellungen vornehmen ich sehe meine video kamera ist deaktiviert und mein mikrofon ist ebenfalls deaktiviert mit diesem symbol könnte ich meinen hintergrund etwas weich zeichnen ich aktiviere einmal meine kamera und dann seht ihr was hier wenn ich das weich zeichnen ein habe wird also mein hintergrund verschwommen im gegensatz dazu sehe ich jetzt wenn ich das ausmache meinen normalen hintergrund ich habe jetzt auf teilnehmen geklickt und bin jetzt tatsächlich in dem raum drinnen hier sehe ich ganz groß meinen lehrer das bin ich ich habe jetzt meine kamera selber als schüler ausgeschaltet kann das natürlich jederzeit hier aktivieren mein mikrofon kann ich jetzt nicht einschalten da der lehrer das so eingestellt hat hier könnt euch die lautstärke insgesamt einstellen und mit diesen drei punkten habe ich noch weitere möglichkeiten da ganz oben sehe ich ich bin jetzt teilnehmer und zwar beim ersten mathe video unterricht und da habe ich auch noch zwei symbole zwei männchen wenn ich hier drauf klicken würde würde ich sehen welche anderen schüler noch da werden und ich habe ein chat symbol hier kann ich drauf klicken und meine fragen eingeben man sieht auch schon einen roten punkt also muss da schon was drinnen stehen nachdem ich auf dieses chat symbol geklickt habe komme ich am handy ein eigenes fenster hier sehe ich ein kleines bild von dem lehrerzimmer und hier noch einmal die forscher erst der mathematik unterricht wieder stunde und so weiter und da unten in diesem feld da könnte ich jetzt am handy meine nachricht eingeben ich klicke hier rein und dann öffnet sich diese das dass das dator um die scheibe rein meine frage wie kann ich 20 prozent im kopf lösen ich muss sie noch mit diesem papier flieger absenden nachdem ich das gemacht habe erscheint die frage hier oben eine frage wie kann ich 20 prozent im kopf lösen und ich warte ich kann dir hier noch eine andere frage eingeben oder auf die antwort des lehrers warten irgendwann kann der lehrer mir dann antworten das hat er jetzt getan so der gestern antwortet um 8 35 einfach durch fünf dividieren jederzeit kann ich wieder hier auf dieses klassenzimmer klicken um wieder in den raum zurückzukehren und jedes mal wenn ich auf das chat symbol klicke öffnet sich wie gesagt dieses fenster hier habe ich aber auch noch andere möglichkeiten nicht nur eine frage kann ich eingeben sondern ich könnte auf dieses drei punkte menü klicken dann öffnet sich hier unten ein kleines anderes fenster und hier könnte ich zum beispiel neben daumen hoch und anderen smileys auch die besprechungs details mir anzeigen lassen und das mache ich jetzt mal das sehe ich besprechungs details und einen kleinen text und der geht noch weiter einfach auf mehr anzeigen hier klicken das fenster hier oben kann man natürlich beliebig verschieben hier hat mir mein lehrer eine beschreibung dieser stunde eingepackt liebe schüler ich darf euch zuerst mathematik wieder unterrichtsstunde einladen mathe sachen mitnehmen pünktlich sein die videokammer könnt ihr ein und ausschalten mikrofone sind stumm geschalten aufzeigen mit der virtuellen hand sagt er mit dem hand symbol auf diese hand müsst ihr auch klicken wenn ihr danach was gesagt habt um die hand wieder runter zu geben sprechblase für den chat das haben wir jetzt gemacht und so weiter und so fort ich gehe jetzt wieder zurück in den virtuellen klassenraum klicke hier drauf ich bin wieder drinnen und jetzt möchte ich euch noch dieses drei punkte menü zeigen wenn ich hier drauf klicke kann ich zum beispiel eben diese virtuelle hand zeigen oder eben meinen hintergrund weich zeichnen das sind eigentlich die zwei wichtigsten sachen die ich hier brauche einfach wieder in das feld klicken dann komme ich wieder hier raus und noch eine nette funktion in diesem vorschaufenster meines handys ist ein kamera symbol hier könnte ich die ansicht wechseln wenn ich hier drauf klicke dann ändert sich die ansicht und ich könnte zum beispiel beim heft dem lehrer her zeigen und er sieht was ich gemacht habe wie das ganze am computer funktioniert diese videokonferenz das zeige ich euch jetzt ich habe mich im computer jetzt eingeloggt als zolli schüler 01 und da sehe ich schon oben aktivität auch dass der zoller mich erwähnt hat es funktioniert ganz gleich wie am handy ich klicke hier wieder an und schon bin ich hier drinnen in diesem vorschaufenster hat soll er hat mir was erwähnt was ich beachten soll mehr anzeigen und da stehen diese anweisung die wir natürlich schon besprochen haben eine andere möglichkeit solchen unterricht zu finden ist in der kalender ansicht ich klicke einmal hier drauf naja und hier sieht man schon meine ganzen besprechungen die gewesen sind oder auch geplant sind hier am freitag da steht es schon erst einmal im video unterricht soll er christian auch hier könnte ich drauf klicken und dann teilnehmen wo ich auf teilnehmen klick ist eigentlich gleich ich mache das jetzt von hier aus eigentlich fast das ähnliche fenster ich kann auch hier wieder kamera aktivieren mikrofon ist jetzt eingeschalten das hat der lehrer dann sowieso ausgeschalten kann es auch gleich stumm schalten das sollte ich immer machen und dann auf jetzt teilnehmen klicken ich sehe hier schon mein lehrer ist online und ich habe hier jetzt eigentlich die gleichen möglichkeiten wie auch beim handy handheben chat wird gegensatz zum handy hier gleich daneben angezeigt und hier unten könnte ich meine fragen eingeben alles andere funktioniert gleich ich könnte auch die anderen teilnehmer mir anzeigen lassen ja eigentlich fast ähnlich nur natürlich etwas feiner weil der computerbildschirm etwas größer ist eine feine funktion wenn der lehrer das erlaubt das könnte er mir erlauben dann könnte ich hier auch meinen bildschirm teilen das ist hier aber auch wie das mikrofon deaktiviert weil der lehrer das schon eingestellt hat auch hier hätte ich wieder weitere aktionen das kann man selbst ein wenig entdecken danke sehr ich lege auf